Der Kampf gegen Steuerbetrug braucht Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Meldeportal im Netz hilft dabei. Schön, dass auch endlich die Finanzämter digital arbeiten. Aber dann bitte nicht mit einem Portal zum Anschwärzen. Steuerbetrug kostet den Staat jedes Jahr viele Milliarden Euro. Geld, das die ehrlichen SteuerzahlerInnen aufbringen müssen. Wer Steuern hinterzieht, sorgt dafür, dass weniger Geld da ist für Straßen oder für Kindergärten. Gesetze müssen eingehalten werden. Und das gilt eben auch für Steuergesetze. Und bei der Verfolgung von Gesetzesverstößen helfen Hinweise aus der Bevölkerung. Klar, jeder muss seine Steuern zahlen und das muss auch kontrolliert werden. Aber das ist die Aufgabe des Staates und nicht der Nachbarschaft. Das System sorgt für Misstrauen untereinander. Wozu diese Anonymität führt, erleben wir übrigens tagtäglich in den sozialen Medien. Hier hat sich in den vergangenen Jahren ein richtig unangenehmes Klima entwickelt, das zeigt, wozu Leute fähig sind, wenn nicht ihr Name drunter steht. Wer weiß, wie viele Leute bei anonymen Steuermeldungen unschuldig angeschwärzt werden. Die wenigen Menschen, die ihre Mitmenschen zu Unrecht anschwärzen wollen, können das heute schon bei der Polizei. Ganz ohne Online-Tool. Die meisten Meldungen geschehen aber aus einer guten Absicht heraus, um Betrug aufzudecken. Dass sowas auch digital möglich ist, ist einfach nur zeitgemäß und modern. Und die Anonymität ist wichtig, damit HinweisgeberInnen geschützt sind. Erfahrene Whistleblower bezweifeln, dass dieses Portal völlig anonym sein kann. Wenn es hart auf hart kommt, sei der Absender rückverfolgbar. Office-Programme hinterlassen Spuren, auf welchen Rechnern Dokumente geöffnet wurden. Wer eine Steuerakte mit seinem Handy abfotografiert, hinterlässt unter Umständen genaue GPS-Daten. Die Steuerbehörde verspricht lediglich, dass keine personenbezogenen Daten erhoben werden. Wer also wirklich etwas völlig anonym einreichen möchte, der sollte das am besten auf Papier tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017